Wir sind hier in der Berufsschule in Wels des Lehrbetriebs Karosseriebautechnik und Lackiertechniker. Das Berufsbild ist einzigartig in Österreich. Wir sind hier in der Berufsschule Wels 1. Ich bin der Lehrer für Karosseriebautechnik. Den Beruf habe ich in den 80er Jahren erlernt. Ja, hallo, grüß euch. Mein Name ist Eichel Seder. Alois, ich bin ja das 18. Jahr Lehrer hier in der Berufsschule Wels 1. Hallo, mein Name ist Philipp Kalori. Ich mache eine Lehre als Karosseriebautechniker bei der Firma Fischer Leitner und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Wir haben hier in der Berufsschule neun Lehrberufe und unter anderem auch den Karosseriebautechniker, der hier ausgebildet wird. Die Schülerzahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht ansteigend. Das heißt, wir hoffen, dass der Beruf so interessant wird, dass sehr viele diesen Beruf annehmen und zu uns in die Berufsschule Wels kommen. Hallo, ich bin der Weiß Julian. Ich bin im vierten Lehrjahr als Karosseriebautechniker. Es ist eine wunderschöne Arbeit. Man hat im Endeffekt gleich zwei Berufe, sprich Spengler und Lackierer. Man kann sich wunderschön fortbilden. Ich freue mich über jeden Schüler, wenn ich das Wissen weitergeben darf. Schaut sich den Beruf an, es lohnt sich, es ist super und es wird noch interessanter.